Ja, lieber Wolfgang Thierse, meine Damen und Herren, seien Sie wirklich herzlich willkommen zu diesem Abend, den wir genannt haben, Späte Identifizierung, Günther de Bruins, Martinstag, neu gelesen. Gestern waren wir auf den Spuren nach Görsdorf, haben vom Abseits und über das Abseits nachgedacht und nicht wenige sehen in Günther de Bruin vermutlich eher einen unpolitischen Autor. Er wohnt abseits und entlegen und entlegen auch vom politischen. Und er ist eigentlich, wenn man seine Bücher liest, zu sanft, meinen einige, um politisch zu sein. Aber, das ist sicher die Auffassung, die Wolfgang Thierse und ich und viele andere teilen, das ist natürlich ein heftiger Irrtum. Über die Kraft einer unspektakulären Widerstandskraft, politischen Widerstandskraft hinaus, verfügte Günther de Bruin, und das ist der Ansatzpunkt für heute Abend, offenkundig über einen besonderen politischen Instinkt, eine Witterungskraft. Denn er ahnte schon am 10. November 1989 jene späten Identifizierung mit der ehemaligen DDR, die heute 30 Jahre nach der Deutschen Einheit vor allem bei politischen Intellektuellen anzutreffen ist. Ich nenne nur Thomas Oberänder, den Intendanten der Berliner Festspiele. Da wird geträumt von einer neuen Synthese von Demokratie und Sozialismus, die damals in den sechs Monaten zwischen November 1989 und März 1990 möglich gewesen wäre. Da wird vielleicht auch die deutsche Kulturnation geleugnet. Und natürlich die ständige Klage über eine Marginalisierung der Ostdeutschen durch den Westen. Das sind bekannte Begriffe, die immer wieder aufkommen. Und wir nehmen jetzt Günther de Bruins Erinnerung an den Martinstag zum Anlass, um mit Günther de Bruin und über Günther de Bruin hinaus uns die Frage zu stellen, wie steht es denn mit dieser Kritik, die dort geäußert wird. Und als ich Wolfgang Thierse gefragt habe, ob er sich zu dieser Reihe zu Günther de Bruin, auf die wir jetzt kamen, das sollte ja eigentlich das Patronatsfest werden, einen ganzen Tag zu Günther de Bruin, ob er auch bei diesen Zoom-Konferenzen am Abend mitmacht, da hat er sofort zugesagt und dieses Thema vorgeschlagen. In Martins Tag aus den 40 Jahren vor Augen sagt er, darüber lasst uns doch an dem Abend reden. Und ich bin sehr dankbar, dass er heute Abend mit uns dieses Thema erschließt. Ich muss nicht sagen, dass er Präsident des Deutschen Bundestages war. Er ist in Breslau geboren und vor seiner Tätigkeit in der Politik war er ab 1977 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentralinstitut für Literaturgeschichte der Akademie der DDR. Wolfgang Thierse hat mindestens zwei Laudationes auf Günther de Bruin geschrieben. Das sage ich deswegen, weil ich gerade im Vorgespräch mit ihm feststellen musste, dass er an eine Laudatio sich gar nicht mehr erinnerte. Er ist so vertraut mit dem Werk von Günther de Bruin, dass er sich das leisten kann. Also er hat nicht nur die Laudatio für die Verleihung des Kulturpreises für deutsche Sprache an Günther de Bruin gehalten, das war 2006, sondern auch bei der Verleihung des Johann Heinrich Merckpreises für literarische Kritik und Essayistik. Wichtig ist auch, das werden einige von Ihnen wissen, Wolfgang Thierse gehört von Anfang an zur Katholischen Akademie, die ja im letzten Jahr 30 Jahre geworden ist. Und diese Katholische Akademie in Berlin war das Gemeinschaftswerk, auch das möchte ich hier erinnern, von ostdeutschen Bischöfen und Laien, die in der Zeit nach 1989 zusammengefunden haben und diese Akademie gegründet haben. Da fragt man sich schon, wie das mit dieser Kolonialisierungsthese ist, sage ich mal ironisch, und möchte, bevor Wolfgang Thierse beginnt, nur eine kleine Anekdote erzählen, die mir heute der ehemalige Geschäftsführer der Akademie erzählt hat, Georg Wichmann, ein Ostberliner, der von Anfang an diese Akademie als Geschäftsführer mitgeleitet hat. Es gab ein kleines Gespräch zwischen dem Direktor, Werner Remmers, dem Gründungsdirektor, der kam aus Lingen, ein ehemaliger Minister, der kam als Direktor hierher und eine der ersten Begegnungen war, ja lieber Georg, was lest ihr denn hier so? Worauf der Geschäftsführer Georg Wichmann sagte, ja was schon? Wir lesen Günter de Bruyne, Buridans Esel und Anna Segers das siebte Kreuz. Ja, lieber Wolfgang Thierse, das soll der Vorrede genug sein. Der Martinstag, wie steht das heute um die Kritik der Intellektuellen in Deutschland an den Jahren, an den Monaten 89 bis März 1990? Lieber Wolfgang. Ja, meine Damen und Herren, lieber Joachim Hake, ein bisschen mehr haben wir schon gelesen in der DDR aus Günter de Bruyne und Anna Segers, aber daran erinnere ich mich schon. Günter de Bruyne war einer der wichtigen Autoren, die wir gelesen haben. Angefangen von Bruyne und Hans Esel, jene ironische, jene ironische Kommentar zu der braven sozialistischen Moral, die sich dann als Doppelmoral erwies, mit dem zweiten Roman Preisverleihung in den 70er Jahren, märkische Forschung, neue Herrlichkeit und vier Romane zu lesen, die in den 70er und 80er Jahren erschienen sind. Und übrigens der Roman Neue Herrlichkeit, das gehört mit zur Kulturpolitik-Geschichte der DDR, der ist überhaupt erst in der DDR publiziert worden, nachdem er zuvor beim Fischer Verlag erschienen war und man dann nicht mehr recht verhindern konnte, dass er auch in der DDR erscheinen musste. Ich erinnere mich an seine zahlreichen Herausgeberschaften, vor allem diese Reihe mit Gerhard Wolf zusammen, der märkische Dichtergarten und natürlich dann später auch die vielen Bücher zur berlinischen und brandenburgischen Kultur und Literatur und Geistesgeschichte. Meine Erinnerung an ihn als DDR-Autor war zunächst, er verschwand hinter seinen Büchern. Es gab ihn als öffentliche Person nicht. Er war kein lauter Autor, kein Autor des öffentlichen, politisch weltanschaulichen Bekenntnisses, sondern eben ein Autor der leisen, kritischen Ironie, der subtilen Gesellschaftskritik, der genauen Beobachtungen, der Binnenverhältnisse in der DDR, der kleinen bürgerlichen Welten und ihrer Deformationen, der behutsamen Zeitgenossenschaften, gerade auch in seinen historischen Stoffen. Man las seine Bücher dann eben mit genauso leise, mit so leisem und zustimmendem Vergnügen. Und ich erinnere das so, weil das sozusagen zunächst mal der wichtigste Unterschied war, etwa zu Autoren wie Wolf Biermann und Volker Braun oder Christa Wolf und Franz Fühmann und erst recht von einem, der Unterschied zu einem solchen Typ wie Hermann Kant. Der Eindruck, der macht nichts von sich her, der ist authentisch, der ist glaubwürdig, der hält Distanz. Und als ich ihn das erste Mal selber bei einer Lesung erlebt habe, wenn ich mich richtig erinnere, war das in der Evangelischen Akademie in Berlin-Brandenburg, da in Weißensee, dann bestätigte sich diese Vermutung, die man von ihm als Autor hat. Er sprach leise, auch die Art und Weise, wie er seine Texte vordrückt, war ganz undramatisch. Er hat nichts rhetorisch inszeniert und auch in den Antworten bei den Anfragen, Diskussionen, war er ganz behutsam, ganz vorsichtig, ganz abwägend. Das war der Eindruck und das Image, das man von ihm hatte und ein Eindruck, der sich bestätigte, als er dann auch doch eine öffentliche Person wurde und werden musste. Im Zusammenhang mit der Biermann-Affäre, er gehörte zu denen, die den Protest nicht unterschrieben haben. Ich erinnere mich an seinen Auftritt bei dieser deutsch-deutschen Schriftstellerbegegnung. Die hieß, glaube ich, Begegnung für Friedensförderung und wo er wieder etwas ganz Typisches tat. Er hat nicht allgemein gesprochen, sondern sehr konkret. Er sprach über das Pflichtfach Wehrunterricht, über den Wehrdienst und den Friedendienst und die Doppelzündigkeit der DDR-Propaganda an diesem Beispiel. Und erst recht dann war er eine öffentliche Figur, spätestens noch einmal 1987, dem Schriftsteller Konkeres, der ja ganz wichtig wurde für die Endzeit der DDR, mit Christoph Heinz zusammen hat er öffentlich die Abschaffung der Zensur gefordert. Eine Zensur, die es ja offiziell nie gab. Ja, es war ja ein Tandamu, alle wussten, es gibt sie, aber es durfte nicht darüber geredet werden. Das ist zunächst einmal die Erinnerung. Und als ich dann die beiden autobiografischen Bände las, die in den 90er Jahren erschienen ist, Zwischenbilanz über seine Kindheit und Jugend. Und dann vor allem im zweiten Band, 40 Jahre, ein Lebensbericht untertitelt. Eine wunderbare Lektüre und ein Beleg für seine wache Zeitgenossenschaft. Und eben wie ich das empfinde und als ich jetzt wieder hineinschaute, in der Vorbereitung des heutigen Abends, das ist ein Dokument von persönlicher Demut und von selbstkritischer Aufrichtigkeit. Da ist, das ist kein triumphalistischer Rückblick, kein Versuch der Selbstrichtfertigung, sondern da ist ja genau, er bestellt sich das positiv freundliche Vorurteil daran. Und als ich das jetzt wieder las, 40 Jahre, es sind ja auch meine 40 Jahre, obwohl ich ja 17 Jahre jünger bin, aber ich habe auch die ganzen DDR-Jahre erlebt. Dieser zweite Band endet mit dem Ende der DDR, eben 40 Jahre, mit einem Kapitel, dessen Titel Martinstag heißt. Es ist der 9. November 89, auf dem das Ende der DDR terminiert ist und die Tage danach. Und daraus will ich 10, 12 Sätze vorlesen, um das ein bisschen zu vergegenwärtigen, wie das ist, wenn Günther de Bruyne sich politisch erinnert. Ein knappes Jahr lebte die DDR noch weiter, aber in meinem privaten Festtagskalender ist dieser Tag als der ihres Endes verzeichnet. Denn ein Gefängnis, in dem Tore und Türen geöffnet werden, hört auf, eins zu sein. Zum zweiten Mal in meinem Leben genoss ich das Glück, den Zusammenbruch einer Macht erleben zu können, die sich selbst weisgemacht hatte, auf Dauer gegründet zu sein. Ein tausendjähriges Reich und die staatliche Verkörperung einer ganzen Geschichtsepoche, einschließlich seiner, nach Honeckers Meinung, mindestens noch 100 Jahre stehenden Mauer, überlebt zu haben, berechtigt doch wohl zu Triumphgefühlen. Wieder war das befreite Aufatmenkönnen diesmal, Gott sei Dank, ohne Zerstörung und Blutvergießen, Frucht einer Niederlage gewesen. Und wieder würde die Grenze zwischen den Jubelnden und den Klagenden nicht an den Landesgrenzen entlang, sondern quer durch die Bevölkerung gehen. Jeder Tag der Befreiung ist auch einer der Niederlage. Der Chef des Staatssicherheitsdienstes wird das anders als der politische Häftling in Bautzen sehen. Hätte ich damals schon ahnen können, dass später manche vom Verlauf der Geschichte enttäuschten Leute alle Ostdeutschen als Verlierer oder Besiegte bezeichnen würden, hätte ich, da ich mich ungern mit Mielke und Hager, mit Oberzensoren und Parteifunktionären, Mauerschützen und willfährigen Strafrichtern in einen Topf werfen lasse, mich schon im Voraus beleidigt gefühlt. Ich war ein Gewinner der Niederlage, der, wenn er nicht stellvertretend für arbeitslose und unschuldige Opfer der Eigentumsrückgabe sprechen wollte, höchstens zur Klage über eigenes Ungenügen berechtigt war. 40 Jahre lang hatte ich den anderen Teil Deutschlands, mit dem ich kritisch immer mitgelebt hatte, als den Freieren empfunden, war aber hauptsächlich aus Gründen der Bodenhaftung nicht in ihn übergewechselt und schließlich, ohne die Gegend, die es mir angetan hatte, aufgeben zu müssen, doch in ihm angelangt. Soweit das Zitat. Sie haben es gehört. Das ist die Erinnerung an die eigene Freude, die eigene Begeisterung und zugleich die Vorahnung von emotionalen Spaltungen unter den Ostdeutschen. Beschrieben schon vor 25 Jahren. Das war für mich, als ich es jetzt wieder las, eine Überraschung. Geschrieben vor 25 Jahren und es trifft doch die eigentümlich gespaltene Wahrnehmungs- und Gefühlslandschaft der Gegenwart im Osten Deutschlands. Nur ein paar Beobachtungen dazu und ich fange mit der Oberfläche an. Selbst Corona spaltet Deutschland. Thüringen und Sachsen liegen gegenwärtig an der Spitze. Ausgerechnet der Ostbeauftragte der Bundesregierung, der CDU-Abgeordnete Marco Wanderwitz, stellt einen Zusammenhang mit der Stärke der AfD in den betroffenen Regionen näher. Die AfD-Erfolge im Osten sind deutlich größer. Und jedes Mal nach solchen Wahlergebnissen geht es wieder los. Was ist nur mit dem Osten los? Und auf intellektueller Ebene, Joachim Hake hat schon darauf hingewiesen, gibt es eine Gruppe von Leuten, die plötzlich 30 Jahre nach staatlicher Vereinigung und Friedrich-Revolution über eine andere Vereinigung sinieren. Über die Chance, die vertan wurde, zu einem anderen wirklichen Sozialismus. Damit sind wir, wenn ich das richtig beobachte, bei der eigentlichen Widerspruchskonstellation, mit der wir es zu tun haben. Ausweislich aller Untersuchungen und Umfragen sagt eine große Mehrheit der Ostdeutschen, ihre wirtschaftliche Lage sei gut. Und auch nach objektiven Daten geht es der sehr großen Mehrheit der Ostdeutschen materiell deutlich besser als zu DDR-Zeiten. Zugleich aber empfindet sich eine Mehrheit als Bürger zweiter Klasse, aktikulieren viele ostdeutsche Erfahrungen der Nichtanerkennung, Gefühle der Unterlegenheit und Zurücksetzung, betrachten sich gar als Opfer und Vergessene. Vergessene. Dabei ist in den vergangenen 30 Jahren ökonomisch, sozial, kulturell viel geleistet worden. Aber, auch das kann man doch nüchtern feststellen, wir sind noch nicht am Ende des Weges und offensichtlich vor allem nicht am Ende der Ost-West-Debatten, der Debatten über Ost-West-Differenzen. Anlässlich der 30-Jahres-Jubiläen in den letzten beiden Jahren ging es wieder besonders heftig zu. Ost-West-Ungereimtheiten, Fremdheiten, Vorwürfe, eine unüberhörbare Missmutsgemeinschaft Ost, der von der AfD betriebene Verbitterungspopulismus, die fatalen DDR-Gleichsetzungen, die wir auf den Pegida- oder Corona-Demos hören konnten. DDR 2.0, Stasi-Methoden, staatshörige Medien und so weiter und so fort. Alles das zeigt mir und zeigt auch, wie viel sowohl unbearbeitete DDR-Vergangenheiten als auch schmerzliche Transformationserfahrungen der letzten drei Jahrzehnte nach wie vor virulent sind und es zeigt mir, wie sehr Ossiland emotional und kulturell zerstritten und gespalten ist. Offensichtlich ist die DDR-Vergangenheit noch längst nicht ausgestanden. Also, wenn der Befund richtig ist, dann leite ich daraus ab, eine selbstkritisch-selbstbewusste Debatte bleibt notwendig und sie muss neu geführt werden, damit die Ostdeutschen nicht mehr das Gefühl und vielleicht auch die Ausrede nicht mehr haben, es werde über sie, aber ohne sie geredet. Damit sie tatsächlich selbst zu Wort kommen und auch selbst das Empfinden haben, zu Wort zu kommen, was ja nicht ganz identisch ist. Allerdings meine ich, sollte es um eine vielstimmige Diskussion gehen, in der nicht nur die das Wort führen, die ihre Ressentiments von rechts oder links artikulieren und bestätigt sehen wollen. Eine Diskussion übrigens auch nicht nur unter Ostdeutschen, die unterschiedlichen, ja gegensätzlichen Erfahrungen vor und nach 89 sollten zu Wort kommen und ebenso unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Generationen, die erfolgreichen und die erfolglosen und das Ziel müsste sein, ganz im Sinne von De Bruyne, die Hoffnungen, die Illusionen, die Enttäuschungen zur Sprache zu bringen und zu bearbeiten und das vielleicht sogar mit dem Ziel, die, wie ich ja finde, durchaus verständliche Sehnsucht nach dem früheren Zusammenhalt in der Notgemeinschaft DDR, dass diese Sehnsucht nicht zu lähmender Nostalgie führt. Das ist eine ziemlich enorme, vor allem kulturelle Aufgabe, gerade für Ostdeutschland, wo die, vielleicht übertreibe ich, wo die massenhafte, persönliche und familiäre Auseinandersetzung mit der eigenen DDR-Geschichte bisher eher ausgeblieben ist, wo eine Mehrheit zwischen trotziger Verteidigung der eigenen Biografie, das kann man verstehen, dem Nachtrauen über verpasste Chancen und sehr, sehr viel Sprachlosigkeit schwankt, bis hin zu leichtgängigen Schuldzuweisungen an den Westen, die auch dazugehören. Auch dies alles hat Günther de Bruyne so ziemlich genau beschrieben vor 20 Jahren. Ich erlaube mir noch einmal ein Zitat aus einem anderen Buch, das heißt Deutsche Zustände, ist ein paar Jahre später, in den 90er Jahren erschienen und da heißt es, ein paar Sätze nur, am Anfang stand, als die Einheit Wirklichkeit wurde, eine zu große Erwartung, die notwendigerweise enttäuscht werden musste, weil sie von Alltagssorgen und Marktwirtschaftshärten nichts wusste. Eine Fernsehbildrealität. Dann kam die Überforderung durch Neuheit und Freiheit. Ohne den Ort zu wechseln, war man in andere Verhältnisse versetzt worden, mit anderem Geld, anderen Werten, anderen Gesetzen, mit einer anderen Zeitungs- und Behördensprache. Aus einer bevormundeten Sicherheit war man in eine risikoreiche Selbstverantwortung entlassen worden. Gelerntes war unnütz oder falsch geworden. Kein Wunder, dass man unsicher wurde und unversehens nach dem Ende der DDR eine DDR-Identität entdeckte, als psychischen Halt in der Vergangenheit, in der man Bescheid wusste und sich zu behaupten oder zu verkriechen verstand. Folge davon war Erinnerungsschwäche. Aus dem Gedächtnis verschwunden sind damalige Unfreiheit oder täglich spürbare Mangel. Kein Gedanke gilt mehr dem Verlangen, ja der Gier nach westlichen Waren und Werten. Was allein zählt vom Vergangenen ist nur die Tatsache, dass man die Sorgen, die einen heute bedrücken, nicht hatte und damit zusammenhängt, nicht diesen Mangel an Selbstwertgefühl. Bewusst wird er nicht, dieser Mangel, zumindest nicht eingestanden. Er tritt als Trotz oder Wut oder Selbstmitleid in Erscheinung, manchmal auch als moralische Überhebung. Als ich das jetzt wieder las, habe ich wieder gestaunt, welch präzise Beobachtung der Analyse. Wir haben tatsächlich über vieles zu reden. Es gibt viel Diskussionsstoff unter Ostdeutschen. Ich will nur sechs Punkte nennen, wo ich meine, da ist eine Diskussion dringend notwendig. Erstens, wir haben zu reden über eine lange, nachwirkende, tiefe, autoritäre Prägung. Selbstverantwortliche, selbstbewusste Bürgerschaft konnte sich in der DDR nicht so sehr entwickeln. Die war schließlich als SED-Diktatur ein autoritärer Staat oder wie Rolf Henrich in seinem berühmten 1989 erschienenen Buch sie genannt hat, ein vormundschaftlicher Staat. Und von organisierter Verantwortungslosigkeit hatte Rudolf Barrow schon in den 70er Jahren gesprochen. Nachwirkungen dieser Prägung werden immer wieder laut in Vorwürfen. An die da oben, an die im Westen, die sollen es richten, die sind schuld, die sollen doch erstmal uns integrieren. Zweitens erinnere ich, und das tut auch weh, an die unbewältigte Nazi-Erbschaft. Die DDR hatte es sicher leicht gemacht und das Nazi-Erbe einfach an den Westen delegiert. Es gab bei uns eben kein kulturelles 1968. Ausländerfeindlichkeit und Antisemitismus gab es immer in der DDR. Sie wurden unter den Teppich gekehrt. 40 Jahre eingesperrt sein hat Folgen. Man lese einmal Ines Geipels Buch umkämpfte Zone, um das Ineinander von braunen und roten Diktaturprägungen in Biografien zu verstehen. Drittens erinnere ich an unsere zählen ostdeutschen Minderwertigkeitskomplexe. Wir Ostdeutschen haben ja immer mit dem Blick nach Westen gelebt. Jeden Abend sind wir via Fernsehen in den Westen ausgewandert. Wir haben uns schon wegen dieser Blickrichtung immer notwendigerweise als den Schwächeren weniger erfolgreichen Teil empfinden und empfinden müssen. Der Vergleich mit dem Westen wirkt aber bis heute nach in allen Debatten über den Stand der deutschen Einheit. Das ist eines der Probleme der Gegenwart. Viertens die Kritik am deutschen Einigungsprozess ist nach und nach wohlfeil und bei einigen geradezu schick geworden. Das Reden über die vertanen Chancen von 89 ein anderer Sozialismus eine andere Art von Einheit. Nun bin ich wahrlich kein Hegelianer um das was wirklich geworden ist allein deshalb schon für vernünftig zu halten aber ein etwas nüchterner Rückblick tut doch Not. Gab es 1990 wirklich eine Alternative zum Beitritt der DDR zum Bundesblick nach Artikel 23? Ich erinnere an die Beschleunigungsfaktoren die Ungeduld der DDR-Bürger kommt die D-Mark bleiben wir kommt sie nicht gehen wir zu ihr der faktische Zusammenbruch der DDR-Wirtschaft die außenpolitische Ungewissheit keiner wusste ob Gorbatschow ob die Sowjetunion der Einheit zustimmen wird wie lange das geht der Putsch ein Jahr später hat unsere Unzieherheiten bestätigt also es gab unerhörte Beschleunigungsfaktoren aber füge ich dann gleich nüchtern und ohne Vorwurf hinzu aus der erzwungenen Beschleunigung ergab sich das Grundmuster der deutschen Einigung über das man ohne moralische Schuldzuweisung sprechen sollte es war die Vereinigung von zwei Ungleichen von einem erfolgreichen System und einem gescheiterten System im Westen wirkte der Zusammenbruch des ostdeutschen Systems als Bestätigung des Status Quo im Osten bewirkte er radikale Veränderungen oder um es noch drastischer zu sagen warum sollte jemand in Freiburg in Breisgau denken bei ihm müssen sich etwas ändern nur weil die in Leipzig den Kommunismus erledigt haben wem soll ich das vorwerfen die einen wurden Lehrmeister die anderen Lehrlinge das ist ein schmerzliches Beziehungsverhältnis das gerade im Osten lang einhaltende Wirkungen erzeugte und erinnern möchte ich auch an die durchaus patriarchale Prägung die Helmut Kohl dem Einigungsprozess gegeben hat seine beruhigenden Versprechen nach dem Motto ich nehme euch an die Hand und führe euch ins Wirtschaftswunderland diese Versprechungen haben gewirkt und zu großen ja zu grandiosen CDU-Wahlerfolgen geführt aber ich füge sofort hinzu wir Ostdeutschen sollten ehrlich sein eine Mehrheit wollte wollte in ihrer Zukunftsunsicherheit den Versprechungen glauben wollte so schnell wie möglich unter das wettende Dach der Bundesrepublik Deutschland je größer die Versprechen allerdings und je größer die Erwartungen und das Glauben Wollen umso größer die späteren Enttäuschungen bis heute wirkt das nach und fünftens besonders laut war im vergangenen Jahr die Klage Ostdeutschland würde von einer westdeutschen Elite beherrscht und Ostdeutschen hätten in den vergangenen 30 Jahren kaum Führungschancen gehabt als hätten die Ossi-Scout Merkel-Thierse nicht die höchsten Staatsämter in dieser Zeit innegehabt oder noch bis heute von kulturellem Kriminalismus ist schon zitiert worden wurde gesprochen vom Osten als abgehängte Region ist die Rede von Demütigung und Missachtung nun muss man daran erinnern dass jede Revolution und sei sie noch so friedlich nicht ohne Personalwechsel ohne Elitenwechsel auskommt wir wollten schließlich die alten SED-Eliten loswerden und das ging unter den obwaltenden Bedingungen nicht ohne die Übernahme von Posten und Ämtern durch Westdeutsche das ist nicht immer gut gelaufen und war oft mit persönlichen Zurücksetzungen und anhaltenden Verletzungen verbunden aber in der Wirtschaft in der Justiz in den Medien waren diese Wechsel unausweichlich in der Politik aber hätten die Ostdeutschen auch eine oder einen von ihnen wählen können doch sie haben um es etwas bissig zu sagen die westdeutschen Kurt Bietenkopf und Bernhard Vogel und Bodo Ramelow gewählt und heute wählen die die über Kolonisierung des Ostens durch den Westen klagen westdeutsche AfD-Funktionäre übelster Art und zum Schluss ein sechster Punkt mir fällt auf und ich beklage eine Unfähigkeit eine gewisse Unfähigkeit ja sogar eine Unwilligkeit vieler Ostdeutscher zu positiver Selbstwahrnehmung ich wage gar nicht von Stolz zu sprechen dabei haben wir Ostdeutsche allen Grund mit Selbstbewusstsein auf die Friedliche Revolution und die Bewältigung der dramatischen und schmerzlichen Transformation zu blicken das ist doch eine große sowohl menschliche wie soziale und kulturelle Leistung und da haben wir Ostdeutschen doch einen Erfahrungsschatz gewonnen der für die vor uns stehenden vermutlich nicht weniger dramatischen Veränderungen von echtem Vorteil sein könnte sein sollte ein Selbstbewusstsein das auf seine unnachahmliche und sanfte Weise Günther de Bruyne immer demonstriert haben und mir scheint das hilfreicher zu sein als die kontrafaktischen Überlegungen aller Oberänder oder Klaus Wolfram oder Wolfgang Engler oder wie sie alle heißen die eher nachgetragenen Ressentiments formulieren gegenüber das was 89, 90 und danach passiert ist und die eine elitäre wie ich finde elitäre Kritik Postfestung gegenüber dem historischen Gang von Friedlicher Revolution und Deutscher Vereinigung äußern ich kann nicht sehen dass man daraus das gewinnt was ich positive Selbstwahrnehmung und Selbstbewusstsein nenne von dem ich mir wünsche dass es vielmehr Ostdeutschen haben denn das ist mein letzter Satz nach 30 Jahren sind wir doch endgültig soweit die Nachahmungsphase Ost an West ist vorbei jetzt haben wir gemeinsame Aufgaben die ökologische Katastrophe verhindern die Globalisierung bewältigen die digitale Transformation die den demografischen Wandel die ethnische Weltanschau die kulturelle Pluralisierung und sogar ganz aktuell die Corona Pandemie all diese Herausforderungen unterscheiden nicht mehr nach Ost und West aber wir können aus unterschiedlichen Erfahrungen an ihrer Bewältigung mitwirken das wäre ostdeutsches Selbstbewusstsein aller Günther de Bruyne Wolfgang Thierse vielen Dank für diesen Durchgang durch den Martinstag und von dir markierten ostdeutschen Dispositionen ich möchte um da jetzt einen Fuß in die Tür zu kriegen auf systematische Art anfangen bei dem Satz von de Bruyne wie kann man da keine Triumphgefühle haben in dem Kapitel Martinstag da ganz zu Anfang da beschreibt er seine Stimmung und die vornehmen oder die erste Stimmung ist die des Jubels einer Freude und dann sagt Dünther de Bruyne von dem du ja gesagt hast dieses demütige Selbstbewusstsein dieses Autors und Menschen und dann mischt sich bei ihm unter diesen vordergründigen Jubel auch der Abschiedsschmerz von Freunden von Notgemeinschaften auch die Erinnerung dass er vielleicht nicht immer seinen Beitrag zur Befreiung geleistet hat und so aber auf jeden Fall er weiß das in Sprache zu bringen die gemischten Gefühle und wenn man das durchmustert das Buch dann ist immer von diesen gemischten Gefühlen die Rede aber immer mit einem gewissen kleinen Vorrang des Jubels der Freude der Ermunterung in den deutschen Zuständen gibt es eingangs das Bild da steht da am Alexanderplatz und dann kommt die U-Bahn die auf einmal beide Stadtteile miteinander verbindet und dann sagt er ich fühle in mir das Gefühl Ungläubigen Staunens hochkommen das ist ja ein ganz toller Satz das kennen wir auch aus anderen Kontexten Ungläubigen Staunens und er verschweigt nie die Gemischtheit der Gefühle und jetzt jetzt hast du gerade die Missmuts Gemeinschaft in Ostdeutschland beschrieben also offensichtlich die Unfähigkeit auch diese Freude zu intuieren würdest du das auch für den Westen sagen ist nicht der Westen auch wenn ich das so heute sehe auch mit Blick auf die letzten 30 Jahre irgendwie auch so disponiert dass es mit dieser demütigen Freude also ja offensichtlich auch da nicht so weit bestellt ist als zunächst mal erinnere ich mich er hat Günther de Beuyn hat ja dann noch einmal ein Sammelband herausgegeben mit dem programmatischen Titel Jubelschreie Trauergesänge aber um auf deine Frage einzugehen ich finde ja in bestimmter Weise hatten wir Ostdeutschen mehr Anlass zu Jubeln und zur Freude nach 40 Jahren eingesperrt sein auch nach 40 Jahren des Umstandes dass wir die eigenen Verlierer der Nazikatastrophe waren ich werde nie vergessen mein mein Gefühlserlebnis als ich zum ersten Mal vor dem wunderbaren Bremer Rathaus stand und mein Blick eher zufällig nach links auf einer Hauswand fiel und da steht der Satz gedenkete Brüder die das Schicksal unserer Trennung tragen und das ging mir durch Mark und Bein und sagte ja so war es wir Ostdeutschen haben den härteren Teil der Teilung zu tragen gehabt aber wem will ich das vorwerfen niemanden und deswegen glaube ich ist der größere Anlass für Freude und Jubel daraus hervorzukommen und die im Westen hatten die DDR hinzu und dann das Gefühl jetzt müssen wir die vielleicht auch noch für die Sorgen die Sorge dafür dass sich die Bundesrepublik ändert das hat mich als frisch frisch in der Politik unerhört geärgert dieses Grundgefühl nichts ändern zu wollen und nichts ändern zu müssen aus Anlass dieses unerhörten Ereignisses der deutschen Einheit des Überwindung des Ost-West-Gegensatzes und das hat ein paar Jahre gedauert ehe auch die politische Klasse in der alten Bundesrepublik im Westen begriffen hat die Änderungsphase beginnt auch sie zu betreffen also da glaube ich schon dass es einen solchen Ost-West-Unterschied gegeben hat aber schon wichtig ist dass die Westdeutschen doch wahrnehmen dass das doch eine ich glaube immer noch eine Mehrheit der Ostdeutschen und da sind die Umfragen ja auch deutlich der Einheit zustimmt positiv die Entwicklung bewertet aber diese Missgutzgemeinschaft Ost gibt es den Verbitterungspopulismus den die ARD betreibt und der bekommt sein Echo sein mediales Echo auch im Westen und dann kommt es sofort die Vorwürfe die undankbaren Ossis das ist ja von Anfang an immer eine Klaviatur die gespielt worden die arroganten Wessis die undankbarten Ossis immer ist das gespielt worden und das Schöne ist dass der De Bruyne das in aller Ruhe und Sanft und das ist ja unser Lieblingswort bezogen auf De Bruyne immer schon festgestellt hat und aufgeschrieben hat es hängt das nicht wesentlich auch du hast das ja angedeutet das ist ein Problem der Gefühle die Macht der Gefühle auch des nicht umgehen können mit ambivalenten Gefühlen Missmuts Gemeinschaft und das ist ein Problem der Sprache wie ich darüber spreche und offenkundig ist De Bruyne jetzt wieder das Wort mild und sanft er hat ein so großes Zutrauen in die Macht der Sprache auch mit Blick auf die Frage der deutschen Nation ich nehme mal das Motiv Sprache Kulturnation und so weiter dass ihm die Welt an diesem Punkt nicht in zwei Teile fällt und er also gar nicht dazu neigt sprachlich diese Art Dualismen zu bedienen die ja auch diese Gefühle offensichtlich anheizen und in der in einer ganz eigentümlichen Weise ja auch nicht zum Ausdruck kommen lassen und dann haben wir das wäre der eine Punkt also Heimat die eine Sprache also Günther de Bruyne geht nicht davon aus dass Ost und West Deutschland auseinander gefallen sind was die Sprache angeht ja Günther de Bruyne hat ja immer auf eine absolut selbstverständliche Weise gewissermaßen geschrieben aus dem Kulturraum der einheitlichen deutschen Nation der gemeinsamen Sprache der gemeinsamen Literatur das war eben so selbstverständlich das sieht man ja auch an den Gegenständen mit denen er sich befasst hat der Märkische Dichtergarten die Erinnerung an die auch große und nicht nur böse die gibt es ja auch aber die große preußische preußisch-deutsche Kulturgeschichte Geistesgeschichte das war für ihn so etwas selbstverständliches dass er darüber in aller behutsamen Ausführlichkeit geschrieben hat dass er gewissermaßen Schätze ausgegraben hat die gewissermaßen dieses Grundgefühl auch immer wieder neu bestätigt haben und er bietet das sozusagen den Lesern in diesem Lande an und sagt das ist eure und das ist unsere gemeinsame Geschichte zu der sehr viel gehört die gemeinsame Sprache die gemeinsame Literatur das gemeinsame Gedächtnis und deswegen war das ganze Geschrei das tut er dann auch in seinen Erinnerungen wunderbar ironisch ab von der eigenen DDR Kulturnation das erledigt er dann auch aber und diese Grundeinstellung und natürlich die muss man dann auch sagen die große Begabung und die Arbeit an sich selber führt ja dazu dass er wie ich ja finde ein wunderbares Deutsch schreibt das nicht aktualistisch ist sondern das sozusagen aus dem vollen einer langen Geschichte schöpft und darin ist es dann eine wie ich finde sehr wohnliche deutsche Sprache es gibt er war auf diesem einen Kongress hat sich eingesetzt für die Friedensbewegung und dann gibt es diesen Briefwechsel mit dem jungen Abiturienten Stefan Berg und da ist mir ein Detail aufgefallen er empfiehlt ihm dann glaube ich im Briefwechsel von Klempera Lingua Terzi Imperii also auch da hoch sprachbewusst das Wissen um die Sprache und Politik daran erinnert mich auch gut einer meiner Freunde hat nach langem hin und her das Vorwort oder Nachwort geschrieben zur Veröffentlichung von LTI von Klempera bei Reclam das hat sehr lange gedauert bis das in der DDR scheinen konnte weil natürlich jeder einigermaßen intelligente und kritische Leser von dem LTI der Sprache des Dritten Reiches auf die verordnete Sprache in der DDR auch guckt Vergleiche anstellt ich will das nicht gleichsetzen aber Vergleiche stellen sich doch sofort ein und das gehört ja auch dazu und ich Klempera gehört eigentlich auch zur Geschichte der DDR war ja Romanistik Professor in den Anfängen der DDR hat eine französische Literaturgeschichte geschrieben und dann dieses ein Buch das dann erst ich glaube in den späten 70er Jahren erschienen ist ich müsste jetzt in meiner Bibliothek gucken wann das erschien ist dieser Reklam war du hast mehrfach darauf hingewiesen dass Günther De Bruyne sehr sensibel war auch selbstkritisch gegenüber seinen Publikationen und möglichen Anpassungs Neigungen er hat das habe ich gestern hier auch schon gesagt 1995 hat er hier die Rede gehalten zur Einweihung der Räume der katholischen Akademie und da hat er noch mal wesentlich darauf hingewiesen dass man aufpassen muss vorherrschenden Gruppenansichten die diktatorische Züge bekommen können nicht zu erliegen und er sagt solche vorherrschenden Gruppenansichten die gab es vor 89 natürlich in der ehemaligen DDR aber die gibt es auch heute damals war heute gemeint 1995 und De Bruyne war immer sehr sensibel für die Frage der Selbstzensur die man sich in öffentlichen Debatten auferlegt und damit bin ich eigentlich bei der Frage es wird ja viel jetzt auch immer Meinungsfreiheit eingefordert und was weiß ich nicht alles mit guten und schlechten Gründen wenn du mal dieses Problemfeld dir noch mal anschaust was könnte man da im Moment von De Bruyne lernen an Mut auch für diese anstehenden Sprachfindungen zwischen Ost- und West-Deutschland Zunächst nochmal so sehr er den Eindruck des Einzelgängers erweckte hat sich erst recht in den 90er Jahren zurückgezogen in seine Enklave im Brandenburgischen und an dem Kulturbetrieb nicht teilgenommen aber ganz Einzelgängerisch war er natürlich nicht wenn man sich 1976 erinnert die Auseinandersetzung um Biermann er schildert das wie Literaten sich solidarisch zueinander verhalten haben weil sie wussten alleine sind sie zu schwach wie selbstkritisch er war das ruft er ja auch in Erinnerung seinen ersten Roman Der Hohlweg der ich habe ihn nicht gelesen ein Erfolg war für den er auch einen Preis bekam ich glaube den Heinrich-Mann-Preis den hatte er ein paar Jahre später schlicht verdammt und sagt das ist ein schlechtes Buch und da merkt man wie sehr er zur Selbstkritik fähig war und zur Revision eigener nicht nur des Stils sondern auch einer Haltung die sie darin er hat das im Grunde verlogen genannt was er da geschrieben hatte er hatte sich unterworfen und das muss ihm eine so bleibende Lehre gewesen sein das muss sein Gewissen so berührt haben dass er sozusagen dann eben seinen eigenen Weg seine eigene Spur verfolgt hat nun in den gegenwärtigen Auseinandersetzungen da muss ich mich beherrschen gibt es ja nun auch auf der intellektuellen Ebene im Kulturbetrieb so eine identitätspolitische Auseinandersetzung die mich irritieren die mich ärgern es gibt einen fast ubiquitären Rassismus Vorwurf natürlich haben wir sensibel zu sein gegenüber dem was struktureller Rassismus ist aber es gibt jene Übertreibung dass man schon weil man weiß ist latentes Rassismus verdächtig sein könnte es gibt sozusagen eine Art von wie heißt das amerikanisch das rüber cancel culture abweichende Ansichten werden verboten aus dem Diskurs ausgeschlossen wer sich anmaßt die Gendersprache nicht zu sprechen wer sich anmaßt falsche Positionen in der Kolonialismus Debatte einzunehmen und so weiter und so fort der wird entlassen aus dem Diskurs an der Uni oder aus Redaktion entlassen das ist USA aber man hat gelegt den Eindruck es könnte auch bei uns rüber kommen und da sage ich ausdrücklich nicht das Verbot nicht der Ausschluss aus dem Diskurs sondern Streit Widerspruch Argumentation nicht weil man sich als Opfer empfindet hat man schon Recht sondern es bedarf der auseinander der Argumente um Recht zu bekommen aber genau das ist eine in einer glaube ich in dem was da intellektuell gegenwärtig passiert in einer ziemlich dramatischen Entscheidungssituation man muss nur gelegentlich hinreichend viele Zeitungen und Zeitschriften lesen um zu wissen was da in Deutschland und Europa auch beginnt und in den USA schon schlimme Blüten hervorgebracht hat in einer dieser wahrscheinlich würde Günther de Bruyne darauf gar nicht eingehen sondern gelegentlich eine ironische Bemerkung oder einen kleinen historischen Aufsatz machen in dem eine Fußnote zu dem Thema vorkäme du hast in dein Laudation ist ganz genau er würde vielleicht über das Schloss wir haben es gestern gehört Kostenblatt 200 Seiten schreiben und das mit Fußnoten versehen oder eben diese feinen Forschung machen eine Laudation ist die du gehalten hast hast du sehr emphatisch auch gesagt dass natürlich diese 40 Jahre dass es auch dein Buch ist und deine Erfahrung widerspiegelt und auch an einem Punkt gesagt wie wichtig es war von De Bruyne zu lesen dass die Heimat auch dieser Begriff ist ja sagen wir mal nicht ganz so leicht immer zu benutzen ja die Heimat das ist eben doch die Literatur und das ist die Sprache und die diese Literatur und Sprache die untertunnelt und unterfängt auch staatliche Gebilde wie damals Deutschland und die DDR und dazu ein entspanntes Verhältnis zu haben auch in Identitäts Identitäts Philosophischer Sicht auch ganz einfach über meine Heimat reden zu können ohne schon irgendeinem Lager zugeschlagen zu werden in diesem Fall dem Rechten ja ja wer heute positiv und freundlich über Heimat redet macht sich in bestimmter Weise schon des Konservativismus oder der reaktionären Haltung verdächtig da bin ich aber trotzig ich bin der tiefen Überzeugung dass wir alle noch die kosmopolitischsten und dynamischsten und erfolgreichsten Menschen tiefes Bedürfnis nach Beheimatungen haben ich verwende ausdrücklich das Wort im Plural nach Zugehörigkeiten und diese Zugehörigkeiten sind über das familiäre die ungebaren menschlichen Beziehungen hinaus alles Zugehörigkeiten die historische Prägung haben Sprache Kultur das was man auch Landschaft nennt ist ja historisch geprägt das ist ja nicht einfach die ursprüngliche wilde Natur das Gesellungsformen Alltagskulturelle Geflechte all das gehört dazu darin suchen wir und finden wir Beheimatungen wer das denunziert der ist arrogant und elitär der widerspricht einem tiefen Bedürfnis und das sollten auch nicht die sagen die nun ausdrücklich von einer postmigrantischen Gesellschaft reden und sagen das dürfe so nicht sein es gibt nicht so etwas wie eine Mehrheit und eine Minderheit das die Heimat und das hinzugekommen dann sage ich sehr nüchtern und ich weiß nicht ob mir das dann wieder falsch ausgelegt wird wer in dieses Land gekommen ist und wer in dieses Land kommt der kommt in ein geprägtes Land in ein sozial alltagskulturell und auch normativ geprägtes Land und Integration heißt sich darauf einzulassen aber ich füge sofort hinzu das gilt natürlich auch für diejenigen die länger schon da sind sich gewissermaßen gemeinsam darauf einzulassen das zusammen ist dann Heimat weil Heimat nicht etwas ganz starres ist sondern es ist selber etwas was sich verändert was wir veranstalten miteinander aber nicht ganz frei nicht ohne Voraussetzungen der Thomas Oberänder ich mache es jetzt noch mal in der Richtung er zählt in dem Buch ich halte es mal hier rein in die Kamera dann können Sie es sehen Empowerment Ost schon eigentümlich dass Thomas Oberänder Empowerment sagt aber das wollte ich jetzt nicht analysieren das ist so ein soziologisch politsoziologisches Modewort geworden ja ja es war dann auch und ich komme jetzt auf das sogenannte Window of Opportunity so nennt er nämlich die Monate zwischen November 89 und März 1990 und das ist sehr auffällig wie Thomas Oberänder darüber spricht und da hätte ich gerne noch deine Meinung zu also er beschreibt das als den die Monate einer beglückenden freudvollen Anarchie er schreibt wir sind die Subjekte der Geschichte und alles was er da schreibt macht auf mich den Eindruck einer gewissen ja wie soll man sagen eines Blicks auf einen Augenblick auf Monate und Wochen in denen alles möglich gewesen ist und darum eben auch der dritte Weg eines demokratischen Sozialismus und das Gefühl das Oberänder ausdrückt und thetisch zusammenfasst ist dass er sagt ja da war eben alles möglich in diesen sechs Monaten wenn du dich an diese sechs Monate du warst ja nun dabei erinnerst und das jetzt noch mal mit dem letzten Statement von dir gegen liest wie ist denn das in diesen sechs Monaten gewesen ist man da wirklich so ganz frei gewesen oder nicht auch geprägt oder wie war es in diesen sechs Monaten also ich glaube nicht dass es 89 90 eine Stunde Null gegeben hat so wenig wie es diese Stunde Null 1945 gegeben hat das ist seine Fiktion eine subjektive Einbildung nun rede ich natürlich aus einer anderen Erfahrung ich bin zum Glück glücklicherweise sozusagen in die Rolle des Handelndens politisch Handeln Könnenden geraten in diesen Monaten das ist etwas anders als diejenigen die durchaus sich erinnern können an Momente der Anarchie weil plötzlich die Staatsmacht der DDR nicht mehr da war ihre Polizeigewalt die Stasi Gewalt das war nicht mehr da das kann so erscheinen es ist alles möglich aber was war denn möglich der November 1989 wir erinnern uns bis zum 9. November bis zum nach des Mauerdurchbruchs war die wichtigste Losung wir sind das Volk danach wir sind ein Volk ich beschreibe das sehr nüchtern weil eine Mehrheit der Ostdeutschen plötzlich im Westen sah das was wir wollen Freiheit Grundrechte Demokratie auch Wohlstand reisen können das gibt es doch alles nebenan im anderen Staat warum nochmal einen eigenen Staat einen anderen Sozialismus machen das war doch der Grund der tiefe innere Grund warum der Aufruf für unser Land den im Auftrag des neuen Forums Christoph Wolf formuliert hatte warum der dann scheiterte nicht nur weil Egon Kränz ihn mit unterzeichnet da war dann auch endgültig erledigt sondern weil eine Mehrheit plötzlich mit einem Klasseninstinkt gesagt das was wir haben wollen ist doch nebenan erste Bemerkung zweite Bemerkung auch das muss man so nüchtern beschreiben wer hätte eine andere DDR finanzieren sollen wir wissen seit dem Geheimbericht gegen Gerd Schürer das war der Chef der Staatlichen Plankommission der DDR SED Politbüro Mitglied oder Kandidat den er an das Politbüro geschrieben hat daher wissen wir dass die DDR dramatisch verschuldet war und faktisch vor einem finanziellen und wirtschaftlichen Zusammenbruch stand wie sollte da die DDR fort existieren es wäre ja nur gegangen wenn es nochmal einen Strauss großen Kredit gegeben hätte viele Milliarden aber da sage ich Entschuldigung warum sollte Helmut Kohl die Milliarden rausrücken und gegenüber der westdeutschen Bevölkerung vertreten damit ein Staat DDR weiter existiert und als sozialistisches Experiment weiter leben könnte ich beschreibe das soll nicht zynisch klingen aber ganz nüchtern die Erfahrung auch und das ist doch das Wahlergebnis des 18. März dass ich mich doch als Sozialdemokrat nicht nur mit Freude erinnere wir haben ja nicht gewonnen die Wahl dieses Wahlergebnis war an einem Punkt absolut eindeutig eine Mehrheit der Ostdeutschen wollte so schnell wie möglich unter das rettende Dach der Bundesrepublik deswegen haben sie so gewählt weil Himmelkohl es ihnen im Grunde versprochen hatte das damit muss man nicht einverstanden sein aber man sollte auch als intellektueller wenigstens Respekt vor Mehrheitswillen haben selbst wenn man ihn dann als illusionär und vielleicht inszeniert und angestiftet vom Westen bezeichnet all das scheint mir nicht sonderlich demokratisch zu sein so umzugehen natürlich denke ich auch manchmal es wäre schön gewesen wenn wir den Prozess der deutschen Einheit nicht innerhalb von Monaten hätten abwickeln können sondern ein zwei drei Jahre Schritt für Schritt aber ich habe ja vorhin schon die Beschleunigungsfaktoren genannt also deswegen sage ich kontrafaktische Überlegungen können ja Spaß machen aber sie sind auch in der Gefahr rückwärts gewandter Illusion und ich halte das nicht für produktiv es hilft in der Gegenwart nicht bei der Bewältigung der Herausforderung mit dem wir es tatsächlich zu tun haben und noch einmal wenn da gesagt wird wir seien das Subjekt der Geschichte gewesen und wurden zum Objekt gemacht westliche Kolonisatoren die die hatten uns unterworfen ja der Beitritt ich habe das beschrieben aber ironischerweise war es doch einen Moment lang und das werde ich nie vergessen doch so dass wir Ostdeutschen das Subjekt der Geschichte waren wir haben entschieden dass wir nach Artikel 23 beitreten die Westdeutschen durften sie konnten nicht nein sagen zu uns denn es stand in ihrer Verfassung in ihrem Grundgesetz sie mussten uns nehmen ich hatte damals sozusagen ja ja jetzt kriegt ihr es etwas ironisch gesagt aber das war ein kurzer Moment wo wir tatsächlich das Subjekt der Geschichte waren und nicht das Objekt die Westdeutschen mussten uns nehmen und die Verwicklungen die folgten die Probleme die waren nicht alle sichtbar aber ich erinnere mich daran und darf ich mich selbst zitieren ich habe in meiner Rede in meiner Volkskammer Rede zum Einigungsvertrag gesagt liebe Landsleute wir treten nicht im Paradies bei aber wir treten auch nicht der Hölle bei sondern vor uns liegen ziemlich harte Jahre manche wollten es damals nicht hören und auch heute gibt es noch Leute die es immer noch nicht hören wollen dass es so ist wir sind nicht ins Paradies gelandet und wir sind nicht in der Hölle gelandet lieber Wolfgang das ist ein zu schöner Abschluss für unser Gespräch morgen werden wir ja auch über den Katholiken und den Preußen und den Widerständigen die Bräun reden du bist ja auch für viele ein katholischer Preuß und ein preußischer Katholik nicht Himmel nicht Hölle am Ende noch theologische Kategorien ja das war sehr eindrucksvoll auch nach gestern ich darf das nicht vergessen der Norbert Huml schrieb mir noch er hatte einen Fehler gemacht gestern er hat den Einzelheiten De Bruins getraut und er sagt eine Einzelheit hat er falsch dargestellt in seinem Buch über die Hedwigskathedrale daraufhin hat ihn der Sohn von De Bruin hingewiesen es sei nicht die Mühle gewesen in der De Bruin gewohnt habe in Blabber 1 sondern das Haus für die Schafe Das findet findet aber weder in der Kindheit noch in den 40 Jahren das möchte ich noch nachtragen und dir lieber Wolfgang danken für all die Einzelheiten und die genaue Abschichtung der anstehenden Probleme Günther De Bruin scheint uns viel sagen zu können vielleicht sollte 40 Jahre Marco Martin hat das irgendwo geschrieben sollte Schullektüre verpflichtend werden in Deutschland Ja Es lohnt sich auf jeden Fall Oder hast du das schon mal irgendwo gefordert Nein habe ich noch nicht aber ich bin da auch vorsichtig mit Schullektüre weil Schullektüre ja gelegentlich zwiespältige Wirkungen hat aber auf jeden Fall empfehle ich das Buch noch einmal zu lesen auch denjenigen die es schon mal gelesen haben man liest es mit neuer fast vergnügter Betroffenheit Vergnügte Betroffenheit na wenn das nicht ist lieber Wolfgang Ja dann danke Ich danke Ihnen sehr die Sie aufmerksam uns gefolgt sind und gefolgt haben hier auf dem digitalen Weg draußen steht jetzt kein Büchertisch bleiben Sie uns verbunden lesen Sie 40 Jahre von Günther de Bruyne schauen Sie morgen rein Thomas Brose katholisch widerständig und preußisch und ja heute am Tag des heiligen Thomas von Aquin dir vielen Dank heute ist ein Patrozinium das wollen wir noch erinnern bleiben Sie der Akademie verbunden und herzlichen Dank Wolfgang Thierse und herzlichen